Ja. Die Tests sind tödlich. Wie können sie wissen, dass die Tests tödlich sind, wenn sie das noch schreiben können? Hat sie irgendwo recht, ne? Ja, stimmt. Wieviel haben wir jetzt überhaupt? Um die Kammer zu erreichen, müsst ihr euch ganz schön anstrengen. Zu eurer Unterstützung habe ich die Tests extrem schwierig gestaltet. Extrem schwierig. Oder extrem tödlich. Doch wir wissen, dass dank eurer wunderbaren Remontagefähigkeit nichts tödlich ist. Oh, was war das denn nochmal? Ach du Scheiße. Oh Mann. Ja, doch. Erinnerung kommt ein bisschen hoch. Oh Mann. Das ist im Prinzip eigentlich fast wie ein Kolinatenkreuz, ne? Mach auch mit der Kolinatenkreuz. Da oben ist ein Exit, aber ich weiß nicht mehr. Also ich komme erst mal zu dir rüber. Tu das. Da ist auch ein Knopf. Da wollen wir hin. Setz mal da, setz mal da, setz mal da ein Partei hin. Danke. Ach ja stimmt, man kann ja auf die Dinger ja auch was draufsetzen. Und ich habe außerdem genau richtig gebaut. Oh nein, naja. Scheiße. Hast du es geschafft? Nein. Oh. Jetzt kommt nochmal einfach hier hoch. Es ist einfach nur ja. Wie das war's? Wie das war's? Das kann das doch jetzt nicht gewesen sein. Geht's ja weiter. So. Ey, kannst du mal mein Portal da lassen? Ich habe aber keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ja. Ist doch logisch. Pass auf, ich laufe jetzt mal hier. Ich laufe jetzt mal, mach mal einen Moonwalk. Ah. Moonwalk. So, du musst jetzt hier durchgehen. Ja, ja. Schon klar. Ach, ich erinnere mich. Ich bin Deckwasser da. Da, Farbe. Da muss er wieder rüberspringen. Ach ja. Oh nein, nicht der Scheiße. Ah, scheiße, der war so kompliziert. Nee, im Endeffekt war der nicht so kompliziert. Wir haben es nur nicht gewusst am Anfang. Vielleicht finden wir es ja jetzt heraus. So, jetzt nehme ich nämlich jetzt mal hier mein Portal weg. Was ich nicht kann. Geh nur mal zurück und nehme dein Portal weg. Ah, ich muss hier Farbe drauf. Nee, nee, guck mal hier. Ah, ja, das bin ich. Ja, ja. Achso, ha, 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 ja, doch klar. Okay. So, jetzt musst du. Ja, genau, jetzt muss ich nämlich erst mal. Jetzt musst du zurückgehen auf das andere. Nein, dann darfst du sie aber nicht umsetzen, sonst ist die Farbe weg. Ja, dann kannst du sie wieder aufmachen. Was? Ah, nee, kannst du nicht. Ha, 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 ha. Ja, genau, das war ja die Schwierigkeit dabei, ne? Ah, nein, 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 nein. Wo kommt die Farbe her, Gregor? Die Farbe kommt von dem... Keine Ahnung. Wo kommt die hier? Da kommt von dem... Ich weiß wieder, wie es geht. Ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie das geht. Wo kommt die Farbe her? Die Farbe kommt von dem Ding da. So, jetzt musst du hier hinkommen. Und setz da unten drunter... Setz erstmal deine Portale weg, dass du da unten drunter das... Ein Portal setzen kannst. Da unten drunter ist auch noch eine Fläche, oder nicht? Ja, da ist ein Portal. So, jetzt setzt das andere Portal hier unten drunter. Genau, genau. Genau. Und jetzt drücke ich auf den Knopf. Aha. Und dann kannst du nicht hochspringen. Genau. Das ist total einfach, aber wir sind nicht drauf gekommen. Nee. Ich habe zwar keine Kontrolle über die Welt außerhalb der Teststrecken, doch die Remontageeinheit kann auf Bord helfen. Falls erforderlich, wird sie für euch da sein. Das ist aber nett. So. Ich bin mal kurz für eine Minute weg. Ich zähle. Mhm. In der Zeit gucken wir hier mal den Robotern zu, wie sie übers Fließband laufen. Lauf, Schlampe, Lauf. Du bist so fett, du musst abnehmen. Fetter Adler, flieg. Dass eure Tests nicht wirklich wissenschaftlich sind, hat euch hoffentlich nicht traurig gemacht. Ist nicht bereits diese Einsicht selbst eine Art von Test? So. Krieger, wo bleibst du? Das war ja aber schon eine Minute. Oh, was war das denn? Hab ich das gesehen? Das ist so lustig. So. Oh, oh. Hahaha. Cool. Das ist doch ein wenig verwirrend, diese physikalische... Wow. Wo muss ich überhaupt... Guckt mal, Leute. So sehe ich aus der Freundesperspektive aus. Scheiße, ne? Wie mache ich nochmal ein Hans-Zeichen oder so? Ja, ich kann den so begrüßen und so'n Scheiß. Wie geht das nochmal? Äh, mit V? Ja, hier ist komisch. Das ist komisch. Erkennst du die hier noch? Guck mal. Warte. Einen Auroblick. Äh, nö. Die kenne ich nicht mehr. Aber da ist ja im Prinzip eigentlich logisch, ne? Hoffentlich. Na doch, er ist ja ganz einfach hier. Da. Und da. Und jetzt sind wir da hoch. Erstmal müssen wir hier hoch. Doch, doch, doch. Wir müssen hier hoch und dann da runterspringen. So und... Oh, nee. So und so. Oh, warte doch mal! Warte, jetzt lass mich doch mal! Oh, danke. War schon fertig. Ich bin nicht voller Farbe wegen dir. Danke. So, jetzt lass mich mal kurz versuchen. Und zwar... Ey, du musst jetzt... Pass auf, Regor. Du musst jetzt... Geh mal hier hoch. So, und jetzt spring mal darunter in das... In das Lieder, ne? Ziehste? So, jetzt muss das gleiche für mich auch machen. Ja, jetzt... Na, nö. Ja, okay, ja, geht. Kann ich hier hoch? Jetzt musst du das rote... Das gelbe da unten drauf setzen. Das rote natürlich... Du musst mich verarschen. Haha. Geh, geht gut rum. Ja, scheint zu funktionieren. Hallo. Ah, wir hängen fest. Oh. So. Oh, nein, nein. Ah, doch. Ah, fuck. Die war... Oh, scheiße. Ich kann mich erinnern. Oh, Gott. Wie ging die nochmal? Ich hab keine Ahnung. Ich dachte gerade, oh, nee, das ist die zum Glück doch nicht. Aber das ist doch... Ging der es nochmal. Wenn du da eine hinsetzt, und da... Dann kann ich rübergehen, aber du nicht. Genau. So, was uns dann herzlich wenig bringt, weil hier nichts ist. Da ist nichts. Und was mit der Farbe da? Da ist was, und da ist was. Achso, nein, das bitte bringen. Was ist mit der Farbe? Was ist mit der Farbe? Kannst du die abernten irgendwie da, die Farbe? Ja, doch. Das kann ich zum Beispiel... Nee, kann ich nicht. Weil die kann ich nämlich nur hier hin. Okay. Mach nochmal. Mach mal. Genau. So, dann kann ich nämlich hier hoch, ne? Wahrscheinlich, ja. Ja, du bist hoch. Warum bin ich jetzt nochmal gesprungen? Ist auch egal. Jetzt bin ich hier oben. Äh, und... Ja. Nicht hier oben. Ja, jetzt musst du mir... Da oben sind doch diese zwei Portale. Jetzt muss ich mir... Hast du das noch die Farblinger, ne? Welches war das? Das Gelbe ist bei dir im... Ah, du bist durch so ein Ding durchgeflogen, oder? Ja, ja, ich hab nichts mehr. Aber ich kann trotzdem... Ich hab trotzdem das blaue Portal noch. Das blaue Dings, hab ich noch. Die Farbe? Die Farbe kann ich noch... Müsst ihr einen noch kriegen können. Nee, kann ich nicht. Warte. Guck, ob du die irgendwie bekommst. Ja, ich kann sie. Jetzt musst du die hier auf diese beiden Dinger hier setzen. Guck mal auf den Kopf. Ja, da muss ich erstmal hin. Und... Noch das da. Nee. Hat nicht so was. Muss ich vielleicht irgendwie... Ja. 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 Da ging das jetzt nochmal... Irgendwie... Nein, nein! Warte, ich muss kurz... Muss mal kurz minimieren hier. Warum? Was los? Ich hasse es. Windows Update startet neu in vier Stunden, oder was muss ich jetzt... Und um anderem... Abs. Ich bin wieder da, und... Ich bin wieder da, und... Ich glaube, man den Freddy im Hintergrund. Nö. Okay, gut. Der ist nämlich die ganze Zeit am Labern. Bist du eigentlich noch da, Dill? Ja, ich bin noch da. Okay. Ich bin nur gerade... Bist du still? Ja, ja, ich bin nur hochkonzentriert. Scheiße, ich sterbe. Wenn ihr diese Strecke nicht abschließt, müssen diese Menschen sterben. Wollt ihr das in euren Speichern haben? In euren Speichern? Da ist doch jetzt blaue Farbe drauf, ne? Ja. Guck mal, guck mal, vertappt, dann siehst du es doch. Von da aus? Kannste da drauf springen. Von wo aus? Von da aus. Ne, da ist kein... Hey? War da nicht gerade eben noch blaue Farbe drauf? Oh, die Farbe ist für mich nicht mehr sichtbar. Ne? Ne. Wenn du jetzt dagegen springst, dann bist du dann stirbst wie, ne? Na. Moment, ich bin gerade gestorben. Das ist äußerst gut, ne? Scheiße. Wie ging das nochmal? Oh, warte. Philipp? Ja? Geh mal zu der Wand. Ah, ich muss einfach auch nur da hoch? Das war jetzt nicht so praktisch. Was soll ich jetzt das, was soll das bringen? Ich dachte, du kannst dann auf das Ding rausspringen, aber... Auf welches? So, ne, aber hier vielleicht, wenn du das gelbe da drauf setzt. Guck mal. Oh, ja, 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 ja. Er hat's geschafft. Ja. Oh, ne. Ruhig. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt... Ich schade mich auf mir die Menschen für diese Rettung ein Denkmal errichten werden. Keine Sorge, sollten sie je meinen heroischen Rettungsakt dokumentieren, werde ich dafür sorgen, dass eure Namen in den Fußnoten erscheinen. So, so. Ich fühle mich geehrt. I'm honored. Honored? Honored. Was war denn mit honored? Auszeichnen oder nicht? Ah, honored. Honored. Eh, geehrt, ja. Honored. 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 Eh, geehrt, ja. Ihr habt euch hier wandelt geschaffen, wie alle hier wandeln werden. Ah, jetzt kann ich mir jetzt bespannen. Und zwar kann man nämlich dann hier springen, genau. Dann kann man nämlich... Dann muss einer auf den Würfel, ne, auf den Knopf drücken. Ja, genau. Der andere muss dann den Würfel fangen. Ja, genau. Drei, zwei, eins, jetzt. Ich würfel mal. Oh Gott. Zum Glück werde ich mir diese Videos selber nicht angucken, das wäre sonst zu peinlich. Okay. Na? Du musst ansagen. Ach so. Ja. Drei, zwei, eins, jetzt. Knapp. Okay. Drei, zwei, eins, jetzt. Okay. Okay. Drei, zwei, eins, jetzt. Super toll. Drei, zwei, eins, jetzt. Oh, das war knapp. Drei, zwei, eins, jetzt. Ja. So. So. Wollen wir rechts lang gehen? Super toll. Ich warte auf dich. Hahaha. Oh, fuck. Okay, daran erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Ah doch, da muss man sich ja beschleunigen, ne? Ach du scheiße. Ah ja, das ist gar nicht so schwer. Oh. 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 Five. ma Ä lic oder andere Operation 온 Rotten khunt aus?